Mein Bild vom Osten, was soll ich da sagen? Ich habe viele Bilder vom Osten, weil ich schon sehr lange im Malverein bin. Und viele, viele Bilder, die sich dann ansammeln und die uns dann auch immer wieder in Erinnerung kommen, wenn man sich mal die Bilder wieder ansieht. Und man spürt die Veränderungen, die heute an den Stellen entstehen, die wir früher auch schon gemalt haben. Und da sieht man erst mal, wie sich alles weiter bewegt hat und alles entwickelt hat. Aber trotzdem wollen wir die Bilder nicht vergessen, die man früher gemacht hat von unserem Osten. Auch heute sind wir noch als Verein tätig und können hier im Kulturhaus unser Atelier benutzen. Und wir werden unterstützt von der Stadt und vom Landkreis. Und das macht auch die kulturelle Arbeit im Bereich hier im Wolfenbitterfeld aus, dass wir Dinge bewahren wollen. Und somit sehe ich auch meine Verantwortung darin.